Hallo Kinder! Willkommen zu Anji's und Level Skinner Kanal. Heute mache ich alleine ein Video und zwar Bright Lines. Heute teste ich mal und zum Schluss machen wir ein Gewinnspiel. Viel Spaß beim Zugucken! So, jetzt mache ich das mal aus. So. Hier ist die Bright Lines. Okay? Guck mal. Es ist zu spät. Vielleicht ist hier auch was. Okay, die Batterie, denke ich mal, ist schon drin. Nimm mich hoch und beweg mich. Okay, ist alles bewegend. Wee! Ich kann sprechen. Ich kann singen. Ja, nur gute Dinge. Ich kann Dinge wiederholen. Trag meinen Hunger und aufzunehmen. Sag was. Hallo, ich bin Anji. Cool. Ich hab dich nicht. Ich dich auch. Okay, was gibt's noch? Okay. Manche direkt aufzeichnen. Wiederholen. Nimm mich hoch und beweg mich. Ich kann sprechen. Ich kann singen. Okay. Ich kann Dinge wiederholen. Trag meinen Hunger und aufzunehmen. Sag was. Hallo, ich bin Anji. Hallo, ich bin Anji. Hallo, ich bin Anji. Ich hab gesiebt. Ja. Irgendwie ein bisschen leise, ne? Ja. Und was steht da auf seiner Hand? Auf ihrer Hand? Drück zum Spielen meiner Hand. Nimm mich hoch und beweg mich. Hui! Ich kann sprechen. Ich kann singen. Ja, nur gute Idee. Ich kann Dinge wiederholen. Drück mein Hunger um aufzunehmen. Und wann singst du? Drück mal wieder die Hand. Zeck mal. Nimm mich hoch und beweg mich. So, hier sehen wir das. Ich kann singen. Ich kann singen. Ja, nur gute Idee. Ich kann singen. Sie hat hier so einen Mund. Sie spricht auch. Die Farben hier. Die Farben hier. LED Lichter wechseln sich. Ja. Ah, Bauch. Man muss doch auch auf den Bauch drücken, oder nicht? Ja, hab ich ja. Die sagt ja. Hallo. 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 Ich kann sprechen. Ich kann singen. Ja, nur gute Idee. Warte. Ich kann Dinge wiederholen. Drück mein Hunger um aufzunehmen. Sag was. Ah, so. Hallo. 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 Cool. Ich hab dich nicht. Jetzt weiß ich schon was. Hier steht. Neige mich um meine Stimmlage zu verändern. Warte mal. Hier ist. Ich sehe nichts. Die Stimmlage ist hier tiefer und hier höher. Denk ich mal. Nehm mich hoch und bewege mich. Winnie. Ich kann sprechen. Ich kann singen. Ja, nur gute Idee. Okay. Ich kann Dinge wiederholen. Drück mein Hunger um aufzunehmen. Sag was. Hallo. Ich bin Angie. Hallo. Ich bin Angie. Ich hab dich nicht. Ah, ich dich auch. Und was passiert jetzt? Drück mal nochmal. Nehm mich hoch und bewege mich. Achtung. Ich kann sprechen. Ich kann singen. Also die Stimmlage die ist gleich oder nicht? Ich kann Dinge wiederholen. Drück mein Hunger um aufzunehmen. Na ja, das mit dem Neigen funktioniert irgendwie nicht. Weiter. Was kann man noch machen? Hier steht bei 3. Drück meine Hand zum Auswehren von. Musik. Nimm mich hoch und bewege mich. Zum Auswehren. Der Musik kriegt er. Ui. Ich kann sprechen. Ich kann singen. Ja, nur gute Idee. Ah, warte mal. Die kann Dinge wiederholen. Drück mein Hunger um aufzunehmen. Nach links neigen, Gesicht wird grün. Nach rechts neigen, Gesicht wird blau. Okay. Und rückwärts ist gelb. Das Gesicht ist dann gelb. Ich kann sprechen, ich kann singen. Wie kann man denn die Musik ausfüllen? Ja, hier. Nach links, wenn, von mir aus, nach links, mein Haar. Nimm die Schuhe, komm, du seht mich. Ist das grün? So, jetzt zeigen wir euch mal die Brake links, oder wie man die nennt. Brake links. So, hier, die Schuhe, Füße, die Beine sehen so aus, der Bauch so, hier kann man auch irgendwie drücken. Und dann, von hinten sieht das so aus. Hier halt das Gesicht, so sieht es aus. Nimm mich hoch, kommt das mit mir. Ja, das war's dann, ne? Gut, wir kommen jetzt zum Schluss. Und zwar verlosen wir das andere Stück an die Zuschauer. Und zwar müsst ihr dafür, also dafür müsst ihr tun, einmal abonnieren. So, das Video einen Daumen nach oben geben. Und was in den Kommentaren schreiben. Und zwar, wie ihr halt die Puppe findet. So, und danach. Oder nee, wir machen kürzer. Wir nehmen drei Tage. Und dann suchen wir einen, ähm, dann suchen wir einen raus aus den Kommentaren, der was Schönes aufgeschrieben hat. Und den werden wir dann kontaktieren. Und der soll dann uns die Adresse geben. Und der bekommt dann dieses schöne Stück. So, Leute, so geht das. Abonnieren, Daumen hoch geben. Was, äh, unter dem Video schreiben. Was Schönes über das Tier, über diese Puppe hier. Tier, Puppe, keine Ahnung. Und, ja. Weißt du, wie die aussehen? Die sehen so wie Lala Lupsi aus. Äh. Haben wir gesagt, was das, von wem das ist ja, ne? Von Spin Master, ab vier Jahren. Ja. Ihr bekommt dann dieses Stück. Wir verlosen das. Ja, gut. Dann, ja. Wenn das Video euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch, abonniert uns. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.